Hallo ihr Lieben, Christian Schammerer, Patra, Beziehungs-Coach, Grupp-Sychologe und so weiter und so fort. Und ja, wie immer wieder eine Bitte um Einschätzung einer Dating-Situation. Ja, geht so one that got away, also irgendeine vermeintlich, oder das prüfen wir jetzt mal, tolle Beziehung, auf der man dann immer wieder über einen Weg läuft und könnte es nicht doch klappen. Und es ist, glaube ich, wieder dieses Thema, aber wir werden das gleich mal im Einzelnen durchgehen, dass wir irgendwie mehr wertschätzen können, was wir nicht haben können. Ich weiß nicht, das ist verrückt, das ist, glaube ich, auch nicht nur Bindungsangst, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen einprogrammiert ist, aber ich sage da gleich mal was zu, wenn wir an der Stelle sind. So, als Zuschauerin, hallo Christian, ich möchte gerne eine Einschätzung von dir haben. Ich merke immer wieder mit meiner Trennung, dass ich da mal wieder schwanke. P-Punkt habe ich vor acht Jahren kennengelernt und hatte mit ihm eine Affäre, was auch immer das heißt. Nach einer langen Beziehung tat mir das sexuelle Abenteuer mit ihm gut, weil der Bettsport so gut war, die Kommunikation war allerdings mehr als fragwürdig. Ja, das geht schon wieder in die Richtung, Polarität da, Kompatibilität, tja, das ist aber leider für Beziehungen wichtiger, aber für Affären natürlich nicht unbedingt. Auf Tage lang kein Melden, komische Ausreden, die ich alle glaubte, wo man sich nicht meldete und treffe nicht statt von, ja, ich meine, letztlich ist für mich ja, wäre bei mir schon längst rausgeflogen aus heutiger Sicht, so jemand, ja, kann Dates nicht einhalten, sagt immer wieder ab. Das ist auch eigentlich ein Dealbreaker, ich meine, jetzt kann man sagen, es ist nur eine Affäre, aber es zieht dich ja emotional rein und dann ist es doch einfach ein Dating, ich meine, ich will jetzt nicht hoffen, dass es wieder so ein Dreieck ist, aber es ist wieder ein Datingablauf und da gibt es Dealbreaker und ich finde, mehr als ein Date absagen, kann auch schon diskutieren über das eine eigentlich, finde ich, ist ein Dealbreaker, wer für mich würde sofort rausfliegen bei mir. Aber das ist halt wieder das, ne, ja, der Bettsport ist gut und mein Gott und irgendwie scheinen wir sozusagen das, was wir nicht so richtig haben können, was uns in Dopamin stürzt, dem wir hinterherlaufen, das scheint irgendwie immer besser zu sein als, ich habe noch mal den Eindruck hier, weiß ich nicht, als stabile Beziehung. Es ist verrückt, es ist verrückt, also, ja, was heißt verrückt, also, so sind wir vielleicht, aber könnt ihr mal unterschreiben, wie ihr das so seht, aber gucken wir mal weiter. Äh, es gab viel Bestätigung in Worten, ja gut, dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen, nach ein paar Monaten lernte ich einen Mann kennen, der klar äußerte, dass er mich will. Ob sie schon wieder, aufpassen, dass ich mich nicht übergebe, nein, Spaß, das will man doch eigentlich, oder? Aber scheinbar ja nicht, ich weiß es nicht. Äh, also, will ich. Und Nebenbühler sind nicht okay, also, an meinen Mitstandards. Ähm, außer dass er mich will, das ist nicht okay, und ich beendete das mit P. Nach zwei Jahren, also, er kriegt noch nicht mal einen Buchstaben, jeder Mann, nach zwei Jahren unter Trennung dieses Mannes, Spaß natürlich, ne, äh, suchte ich wieder Kontakt zu P. Also, wir wissen schon, es geht um P auf jeden Fall, der nicht zu haben ist. Anstatt, dass wir jetzt, könnten dieser Mail auch drüber reden, über den, der keinen Buchstaben hat, warum das nichts geworden ist, und, aber das ist interessant, ne, so die ruhige, stabile Beziehung, die, äh, gucken wir uns erst gar nicht, das heißt, gucken wir uns nicht an, musst du ja auch nicht, äh, guckst dir das an, was du angucken willst, aber, äh, die, die bereitet uns keine schlaflosen Nächte, aber immer das, was wir nicht haben können, ne, mein Gott, ey, warum ist das eigentlich so, das ist eigentlich so schwierig, ne. Also, wieder P-Punkt, okay, ähm, ich wollte wieder ein sexuelles Abenteuer und hatte das mit ihm verknüpft, den Rest ausgeblendet, Smiley. Ja, wir kamen, äh, es geht's natürlich wieder da weiter, wo es vorher auch war, es ändert sich ja nicht, ne, wir kamen wieder in die Situation, dass der Sex gut war, aber Kommunikation, Umgang, Absprachen nicht funktionierte. Und ich dazu nicht verstand, wenn er mich doch so toll fand, warum ich keine Freunde kenne und nicht weiter in seinem Leben Einzug halte. Ja, weil das für viele Menschen und für Männer vielleicht noch, für manche Männer vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht, äh, eben nicht, finde ich toll für das sexuelle Abenteuer. Ja, und alles andere will er dich halt nicht, er will keine Beziehung, fertig, ne. Und das macht aber leicht liebessüchtig so, ne. Und deswegen, äh, für die Zuschauer und Zuschauerinnen meines Kanals halte ich da nicht viel von, das ist alles in Ordnung, kann man machen, aber es fuckt halt den Liebeschip ab irgendwie und wenn man nicht so ein sicheres Bindungsmuster hat, verstrickt man sich halt leicht und sowas. Deswegen rate ich dir mal von ab eigentlich, ne. Wenn es um Liebeschip geht, so, wenn du total stabil damit bist und fein damit bist, aber dann würdest du ja nicht schreiben, ne. So. Das habe ich mir einfach angesprochen, nachdem er sagte, er kann mir nicht mehr geben. Ja, er macht dir bis hier ein, ich weiß ja nicht ehrlich so richtig, weiß ich nicht, aber er macht ja schon klar, dass das einfach nicht will, so, ne. Gut, aber da kommt bestimmt noch mehr, so. Dann treten sich auch wieder unsere Wege. Dann, äh, nach vier Jahren war ich jetzt wieder, die ihm eine Mail trieb und wir trafen uns. Warum? Also, das ist, es ist, du gibst ihm eigentlich, du sagst, du sagst so, hier ist die nächste Kugel, mit der du mich abschießen kannst, so ungefähr, weil, äh, es wird immer wieder passieren und wenn du das Thema auf ihn zukommst, wird immer wieder das Gleiche passieren. Es ist, warum? Weil es sich nicht scannet hat. Was, was hat sich ja geändert? Ihr sagt, ihr habt noch die gleichen Anziehungspunkte an der Stelle und dann läuft es wieder genauso ab wie vorher. Also, Bad Sport ist geil und irgendwann weinst du, weil er sich nicht committen will und das wird immer und immer und immer wieder so ablaufen. Warum? Fragt mich nicht, ich habe die Welt nicht gemacht, aber es ist einfach durchgehende Erfahrung, diese Art von Beziehung so, ne. Also, er will da ja auch, wenn er jetzt an sich arbeiten wollen würde, hätte er auch kein Problem damit, dass ihr committet wärt, so, ne. Also, irgendeine Art von Commitment hättet, aber das will er ja alles gar nicht, ne. Muss er auch nicht wollen. Du willst etwas, aber warum ist das der jetzt so wichtig, ne. Du gibst da zu viel, ich meine, klar, Bad Sport ist cool und alles, aber du gibst da zu viel Energie rein, ne. Ich weiß, es macht mir auch keinen Spaß, das zu sagen, aber so wichtig, meine, wie lange, wie viel Zeit vom Tag macht es aus, so, ne. Klar, es macht mal Tage geben, wo es mehr Zeit ausmacht, aber Endeffekt, ähm, hat man sein ganzes Leben irgendwie mit so einem toxischen Scheiß, äh, nur für, weiß ich nicht, die paar Minuten Bettsport, die man dann zwischendurch hat, ich meine, letztlich muss ich ja selber wissen, das ist deine Entscheidung, aber da wird sich nichts ändern, ne. Ähm, wir trafen uns, wir hatten ein gutes erstes Date und er war das erste Mal gefühlt ehrlich, das wird sich trotzdem nichts ändern. Er stellt sich heraus, dass er Kinder hat, die in der Zeit entstanden sind, als wir die Affäre hatten. Gut, lassen wir mal so stehen. Hat aber mit der Frau seit dem ersten Kind nicht mehr zusammen, weiß ich, der Satz verstehe nicht so richtig. Also, ich will es nicht wieder sagen, keine Dreiecke, das passiert halt in, das ist halt wieder so ein Dreiecks, das ist einfach so ein Typ, der lebt in Dreiecken. Ich habe jetzt hier bisher nicht richtig verstanden, ob er zu den anderen auch nicht committed war oder ob er die betrogen hat mit dir und, aber was willst du da erwarten und Dreiecke, ich meine, ich würde es gar nicht sagen, es ist nach wie vor, mindestens jede zweite Mail ist ein Dreiecksmail. Ich kann euch immer wieder raten, ich meine, das macht keiner, ich weiß, aber haltet euch raus aus diesen Dreiecken, dann kommt man auch nicht so in die Liebessucht oder hat man natürlich auch nicht so schön Dopaminausschüttung, hat man natürlich auch nicht, ich weiß, das ist so ein Thrill, aber das Spiel kannst du nicht gewinnen, meine ich. so, wahrscheinlich sagt er dir auch nicht alles, das könnte ich verwetten, wir haben uns getroffen, nachdem er dort raus ist und den Kontakt abgebrochen hat, der Umgang war wohl sehr schlecht und gut, das lese ich jetzt mal nicht vor, wir jetzt niemand antriggern, aber scheinbar ist er da auch ein bisschen unter die Räder gekommen in dieser Beziehung. Ja, also bricht ich hier so Übergriffe auf ihn so in irgendeiner Weise. Ich meine, du kennst ihn nicht richtig, kann sein, vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm, wir wissen es nicht, aber klar, muss man nicht, klar, wenn er es sagt, es wäre so, ja, aber es ändert nichts an, du willst jetzt nicht die Retterin spielen für ihn, es ändert nichts an eurer Dynamik. Es klang alles sehr toxisch, wir hatten eine tolle neue Kennenlernzeit und haben offenehrlich auch über die ersten Begegnungsverhalten gesprochen. Ihm war viel bewusst und er hat sich viel Mühe gegeben, es anders zu machen. nach vier Monaten, äh, wieder die 100-Tage-Grenze, übrigens meldet sich die Frau wieder, weil sie wollte, dass er Kontakt zu den Kindern hat. Ah, das ist auch schon mal ein, ich kann euch wirklich nur raten, wenn ihr, wenn ihr an eurem Bild müsst, müsst es nicht, wenn ihr in eurem Liebeschirm arbeiten wollt, sucht euch nicht so komplizierte Dating-Situationen, wo mit, wo, wo einem die Toxic schon, äh, wirklich aus 10 Kilometern entging, springt förmlich, so, weil, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das gut funktioniert, selbst wenn man selber auch wackelig ist und viel Quatsch gemacht hat im Leben, umso mehr will man jemanden haben, der, der selber stabiler ist, so, ne, er hatte große Sorge, weil er nicht in Kontakt mit dir sein wollte, aber die Kinder sehen, also jetzt geht das Drama schon wieder los und irgendwie, ich habe es jetzt nicht zu Ende gelesen, mein Adel ist jetzt schon wieder, das ist auch der Kontakt, womöglich so der Frau wieder aufgeht und dann ist das, zack, ist das Dreieck wieder da, ne, zack, ist es wieder da, das Dreieck, zack, ja, weil es auch schon so angefangen hat und so geht es dann immer weiter, aber schauen wir mal, wie es weiter geht, ich habe Telefonate mitbekommen zwischen den beiden, die wirklich unangenehm waren, viele Schuldthemen und Verletzungen, da haben wir jetzt alles komisch vorkommen, was an Themen da war, habe ich die Frage gestellt, worum es hier eigentlich wirklich geht, weil es sich für mich nicht sicher anfühlte, weil es für mich nicht so anfühlt, dass es um die Kinder geht, ja, du spürst irgendwie, das ist kein, ich meine, ich habe keine Glaskugel jetzt, aber es ist irgendwie, keinen sicheren Grund gibt da, ne, nach zwei Tagen schweigen, wollte er sich dann von mir trennen, weil ich mir das nicht antun wollte und auch nicht mein Leben kaputt lassen will von ihr, weiß nicht, ob er jetzt meinte, dass sie dein Leben kaputt macht, aber es ist letztendlich egal, es ist wirklich wieder viel Worte um nichts, da ist die schöne Commitment schon wieder vorbei, gerade mal 100 Tage geschafft, bumm's wieder vorbei, welche Gründe ist völlig, egal ob es Wetter schlecht ist, oder irgendwas ist mit seiner Ex, oder Kanarien-Volk ist krank geworden, es ist immer irgendwas, so, ne, und, ja, er kann es einfach nicht, er kann es nicht, du willst dieses Commitment nicht von ihm kriegen, was ist genau, was ich gesagt habe, warum, ist scheißegal, es ist, versuch's, wie ich früher immer gesagt habe, das Dreieckige ins Viergeckige zu kriegen, das geht aber nicht rein, da kannst du so viel drücken, wie du willst, du kriegst es nicht rein, so, ne, du bist Viergeckig, er ist Dreieckig, das passt einfach nicht, ne, und auch du suchst natürlich hier das Drama, so, ne, anstatt dir wieder sowas zu suchen, wie davor, oder was ein bisschen spannender ist, als ist das davor, sagst du, ne, ist es zu langweilig, will das hier, das ist völlig in Ordnung, ne, also, wenn du das willst, dann willst du das, aber warum, also, das ist auch, ich hab, ich weiß nicht, ab und zu gucke ich mal ein bisschen TikTok, ähm, und eine, äh, weiß nicht, irgendwie manchmal, irgendwann werden wir ja dann auch immer der gleiche Kanal, immer wieder gezeichnet, aber eine, die, ja, die, die hat dann, äh, scheinbar ein langes Single, und da hat sie einen neuen Freund gehabt, und das wurde dann erstmals groß ausgebreitet in diesem Kanal, und, und es war auch wieder, ja, das gleich wieder 100 Tage, und, äh, so, und dann wird sich endlos drüber ausgebreitet, dann in, in hunderten von TikToks, oh, so Herzschmerz, und, und, er hat mich verlassen, und dies und jenes, und, äh, und, ja, alle Männer sind so, und, wo man genau weiß, also ich, man riecht es gegen den Wind, dass es einfach so ein libysches Problem ist, ne, die, die war jung, und sieht gut aus, und könnte, wahrscheinlich tausend, na, tausend, weiß ich jetzt nicht, aber er könnte viele bindungssichere Männer haben, aber will sie nicht, der ist natürlich den Bad Guy wieder, der sie nach drei Monaten verlässt, und, und dann, ja, die Männer sind zu schlecht, ne, es ist auch die Auswahl, es ist die fucking Auswahl, ne, und das, weiß ich nicht, muss ich mir auch sagen lassen in meinem Leben, und das muss ich euch auch sagen, es ist die Auswahl, oder auch du, hier diese Mädels, das ist deine Auswahl, die du triffst, dass du unbedingt diesen Typen immer wieder daten möchtest, ne, denk mal drüber nach, ähm, sie wäre unberechenbar und fies, ja, was hat das mit dir zu tun, warum muss er sich deswegen von dir trennen, das ist wieder, das ist wieder so, Vernebelung, und, aber so kann man nicht kommunizieren, ne, und die schlimmste Zeit, was auch seine Familie, Familie und Freunde, ungefragt, mitteilen, er fühle sich durch die Kinder verpflichtet, ja, wozu denn jetzt, wo ist denn jetzt das Problem, so, ja, ist doch vorbei die Beziehung angeblich, wo ist denn jetzt das Problem mit euch beiden, ja, sie war unberechenbar und fies, und, also für mich wäre das ein bisschen so, als wenn er, dieser Frau hinterher gelaufen wäre, und da war er der Pluspol, und jetzt bist du, du bist hier der Pluspol, aber so kommt ihr nicht weiter, ne, wie führten die Beziehung weiter, wieso führte die denn jetzt weiter, ich wollte sich auch von dir trennen, ne, okay, aber es war ein großer Krampf und Kampf, ja, ich glaube, er kann das einfach nicht, ne, ähm, er fing eine Therapie an, und stellte immer mehr fest, dass er bei ihr einer Vorstellung nachging, die bröckelte, ja, sag ich ja, er war, glaube ich, ein Pluspol, Podest, und er das mit uns möchte, Worte, 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 und auch dieses, Therapie, Therapie ist eine feine Sache, ich weiß jetzt nicht, was seine Diagnose war, oder was für eine Therapie der überhaupt macht, aber diese Vorstellung, dass nur, weil jemand in Therapie anfängt, dass sich Beziehungen so schnipschen, abändern, ne, und da setzt man immer so unnötig Hoffnung rein, dann, du könntest dann sagen, das habe ich ja auch im Liebescode geschrieben, äh, du könntest dann sagen, ja, dann mach du erstmal deine Therapie, und dann daten wir weiter, ne, weil er lässt das jetzt noch ein paar Stunden Therapie, dass er dann plötzlich anderer Mensch in der Beziehung ist, ich würde auch sagen, Menschen ändern sich nicht, sie werden eine andere Version ihrer selber, aber so im tiefsten Grundsatz, so hundertprozentig, können wir uns nicht ändern, glaube ich, ne, ich glaube schon ein ganzes Stück, aber, wie gesagt, dass er jetzt so ein paar Stunden Therapie, eure Beziehung jetzt verändern, dann ist, na ja, wir wissen ja auch gar nicht genau, was er da genau macht, warum, ne, auch das, auch was Leute erzählen, über ihre Therapiestunden, das kann stimmen, das kann nicht stimmen, ne, das weißt du gar nicht, ne, wir hatten viele tolle Momente, aber gelitten habe ich am Ende unter den kleinen Krümeln und doch am Ende nicht kommenden wollen, ja, das, das einzige, was wichtig ist, geht natürlich nicht, ne, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, da verlangst du von ihm was, was er einfach nicht kann, oder nicht will, oder nicht kann, ist egal, ne, und darauf bricht es sich letztendlich runter, er will sich nicht kommenden, fertig, und alles andere ist, ich meine, ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie das ist, ich kann mir das voll reinfühlen, Minuspol, dann, du merkst, du merkst einfach, du kannst es nicht, du kannst nicht in einer kompetenten Beziehung sein, und dann, weil es jetzt aber so scheiße anhört, dann, ja, es ist die Ex-Frau, und ich will dich nicht verletzen, und ja, dann kommt das, aber letzten Endes spürst du einfach, das wird nichts, ich kann hier nicht treu, ich kann hier nicht treu sein, und dann ist es auch besser, rauszugehen, so, ne, ich kann das, seine Familie hatte einen Schlüssel, und war seine erste Bezugsperson, ja, aber, Fakten, 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 wie lange warst du das, vier Monate, hundert Tage, das ist nichts, und da treten schon tausend Probleme auf, das ist letztlich, heißt das, ihr seid nicht kompatibel, ich weiß, ich bin jetzt wieder hart, aber, wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr eine Antwort, und ja, das macht ja alles sein, und trotzdem will er sich nicht committen, ich meine, das ist blöd, also, ich finde, wenn man sich nicht committen will, dann sollte man auch nicht einen Schlüssel rausgeben, und alles, weil das ist, das ist so eine Kommunikation auf einer anderen Ebene, das finde ich auch nicht so richtig fair, aber gut, was ist schon fair im Leben, dann kann man, fair ist gar nichts, und Dating ist schon mal gar nicht fair, da kannst du lange drauf warten, dass da irgendwas fair abläuft, ist wie es ist, Fakten, 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 er will sich nicht committen, das heißt ja auch, er will andere durchnehmen, ich meine, man committet sich ja nicht aus Spaß, nicht, so, das ist ja auch ein Plan dahinter, und, ja, es ist ein gutes Recht, und warum er die Anschlüsse gibt, weiß ich nicht, und vielleicht wollte er es wirklich mal zwischendurch, und dann ist aber nach 100 Tagen schon wieder die erste Verliebtheit vorbei, und, ja, dann ist es so, ist wie es ist, ja, ähm, seit die Kinder habe ich nicht kennengelernt, was für mich dazugehörte, was ich mir auch sehr wünschte, klar kommuniziert, ja, letztlich, da ist er jetzt wieder konsequent, weil, das passt zum Nicht-Commitment, und es wurde immer weniger Zeit für uns eingeplant, und wenn aus einem muss, weniger, und wenn er aus einem muss, aus einem wollen, es ist wie es ist, das ist wie er fühlt, und das muss man akzeptieren, ne, je mehr er einen Weg mit den Kindern, und dem Umgang gefunden hatte, von dem Abstand genommen hat, und so schwerer war es auch für mich, in das Leben zu gehören, ich glaube, er hat einfach grundsätzlich, vielleicht war so ein Dreieck auch für ihn, es gibt ja auch so ein episches Video von mir, das bindungsängstliche Dreieck, also, auch einen Weg raus, aus, ähm, ja, sich mit Bindung auseinanderzusetzen, vielleicht will er es doch einfach nicht, vielleicht will er sich einfach nicht binden, und, trotz der Kinder, will er sich trotzdem nicht binden, und es ist Fakten, 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 ne, äh, er sagte, er hätte sich zu viel vorgenommen, mit dem Lösen von ihr, oh, da wird das Dreieck wieder aufgespannt, ha, circa acht Jahre, acht Jahre toxisch, ja, aber, was bringt es da jetzt noch, ohne toxisches Dreieck hinten dran zu hängen, gar nichts, also, das macht ja alles sein, und vielleicht hat sie eine ganz andere Story, ne, vielleicht hat sie mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie du, wissen wir ja nicht, aber sie hat Kinder mit ihm, das ist noch was anderes, und, äh, letzten Endes wird das Dreieck hier wieder aufgebaut, ne, ist immer, also immer der gleiche Scheiß, ich, wer hat doch irgendwann irre Leute mit euren Dreiecksmails, warum kriege ich die eigentlich immer alle, warum, ich höre das irgendwie nie bei anderen Kanälen, warum kriege ich immer die ganzen Dreiecksmails, ich weiß es nicht, ich sage immer das Gleiche dazu, also, jetzt wird wieder das, man weiß es schon vorher, das Dreieck wird wieder aufgespannt, ja, so hundertprozentig wissen kann man es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ne, ähm, aber vielleicht bin ich da auch zu kritisch, vielleicht meint er auch, äh, weiß ich nicht, aber irgendwie hat er, so Bauchgefühl-mäßig hat er für mich irgendwie zu viel Kontakt zu ihr, ich weiß es nicht, aber vielleicht verstehe ich das auch gerade falsch, äh, neues Leben aufhören mit den Kindern als Teil, Alleinerziehung und, und dann noch eine Beziehung, wo er auch präsent sein muss, äh, das ist ihm scheinbar zu viel, hat aber nicht klar Schluss gemacht, das ist dann wieder, Schluss soll ja auch nicht sein, ne, sollst schon, bitteschön, weiter Nebenleistungen von Beziehungen, also, die würde ich gerne kriegen, das ist so, als wenn du, äh, was weiß ich, du gehst hier zur Telekom, sagst hier, ich will einen Job bei euch haben, aber ich möchte nur das Geld haben, und das Essen, aber arbeiten möchte ich nicht, so, ne, das möchte ich alles umsonst kriegen, und, äh, möchte aber keine Leistung bringen, ja, aber so funktioniert das nicht, ne, also, seitdem du machst es so funktionierend, aber, kann ich dir nicht empfehlen, tut dir auch nicht gut, ne, also, Schluss machen natürlich auch nicht, weil, soll weiter, sollst du durch die Manege gezogen werden, wenn er doch einmal, 100 Jahre mal Lust hat, auf ein bisschen Bettsport, also dann, in seinem schwarzen Notizbuch, stehst du dann irgendwo, und, na, so, hat nicht klar Schluss gemacht, sondern ist so laufen lassen, sich immer weiter zurückgezogen, teilweise nichts erzählt, und erst danach aufgelöst, wenn er sich komisch verhalten hat, alles in allem fühlt sich nicht gut an für mich, meine Verlustangst wurde getriggert, ja, klar, ich war verunsichert, ich war zu viel, wollte zu viel absprachen, äh, und, er will ja, aber kann nicht, ich bin die Frau fürs Leben, ja, das finde ich fies, ne, ich bin die Frau fürs Leben, aber ich will nicht mit ihr, ich will mich nicht committen, das finde ich gemein, ne, aber, naja, aber so ist die Welt, die Welt ist einfach total kaputt, mit vielen Punkten, und, man kann einfach von niemandem irgendwas erwarten, so, ne, du kannst wirklich nur nach Fakten gehen, so, ne, äh, ich habe mich vor einem Jahr getrennt, aber die emotionale Trennung war erst vor vier Monaten nachbar, warum, mit null Kontakt, warum, x Schleifen gedreht, mit Kontakt, aber eher, eher hingehalten von seiner Seite, weil besser so als kein Kontakt, ja, aber du, man gibt nicht ihm die Schuld, du machst es mit, ne, äh, aber auch aus Reue, dass er mich so behandelt hat, ja, also es ist gesagt, wenn die Leute sich schlecht behandeln, will man es manchmal immer noch verstehen und verstehen, aber es ist immer das Gleiche, es bringt, es bringt sich nicht weiter, ne, es ist immer das Gleiche, ne, manchmal frage ich mich, ob ich so ungeduldig war, mit Sicherheit nicht, wie viel Chancen hat jemand im Leben verdient, also in aller Regel eine, ist so meine Meinung, außer es sind vielleicht eigene Kinder oder so, äh, und das ist jetzt die dritte, vierte, fünfte, sechste, ich weiß, wie viel Chancen hast du, wie viel willst du ihm denn noch geben, na, no fucking way, niemals, äh, oder habe ich zu viel verlangt, ja, mach ja, für ihn war es vielleicht zu viel, aber dann passt die einfach nicht zusammen, fertig, oder habe ich einfach die Red Flags der Ex-Beziehung und der Lügen nicht sehen wollte, ja, hast du ja nur so angedeutet, oh, sieht so ein bisschen so aus, also ich finde allein sein ganzes Verhalten ist für mich eine Red Flag, weil er sich, ja, lovebomb, nicht committen will, äh, bla 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 bla, ohne, es, Taten, Worte, Taten folgen, erste Date schon abgesagt, ganz am Anfang, ist für mich, ja, ist vielleicht spannend, lustig, sexy, aber tut deiner Seele schon mal nicht gut, ne, äh, wie komme ich weiter auf einen guten Weg, mach die fucking Kurse und, äh, überlege ich mal was wirklich, ob du weiter nicht verfügbaren Männern hinterherlaufen willst und ob du da vielleicht ein Muster hast, vielleicht war Papi schon nicht verfügbar oder Mami, oder ob du einen anderen Weg einschlagen willst, ähm, weil erst mal musst du dir klar machen, dass das nicht das Richtige ist, solange du glaubst, das ist das Richtige, dann stellst du ihn auf den Podest, wie vielleicht er seine Frau auf den Podest stellt und keiner findet sich irgendwie, ne, ist alles, äh, alles schwebt so irgendwie da in der Brühe rum, aber keiner kommt zur Potte, weil jeder immer dem hinterherrennt, den er nicht haben kann, ne, äh, deine Kurse mache ich, ich merke allerdings, dass es Zeiten gibt, die mich ganz schön traurig machen und ich viel im Schönen hänge, ja, aber wenn ihr meine Kurse macht, dann weißt du doch, hoffe, du hast den Liebeskummer-Kurs, da musst du es auch durchziehen, Null Kontakt, rote Kreuzübung, Standards und Dealbreaker, also wie kann der mit deinen Standards und Dealbreakern, der kann dich mit dir mal einstehen, dann musst du die Kurse, ich meine, die Kurse funktionieren auch nur, wenn du sie auch wirklich umsetzt, weil da ist ganz viel gesunder Menschenverstand in diesen Kursen und, äh, das ist eben, ja, das ist hart, ne, ich meine, könnte auch einen anderen Weg gehen, aber wenn ihr den Weg geht, das ist hart, weil man aus dieser Romantikwelt geschmissen wird und sich einfach mit den Fakten konfrontiert, ne, und man wird aus La La Land so ein bisschen rausgeworfen, aber La La Land bist du ja auch nicht happy, ne, und was ist denn da das Schöne, hast du überhaupt schon eine Shitlist gemacht, hast du überhaupt den richtigen Kurs, also für dich Modul Null, Modul Eins, ne, äh, weil was für ein Schönes, ja, die 5 Minuten Bettsport, mein Gott, und vielleicht, ja, die ersten 3 Monate sind in vielen toxischen Beziehungen sehr schön, warum man jetzt nicht alles, warum und wieso, habe ich in x Videos, äh, besprochen, so, aber das ist eine Fantasiewelt, ne, und das ist jetzt die Realität, die da ist. Hoffe, du hast einen Tipp, liebe Grüße, in diesem Sinne, hoffe, hat dir geholfen, hoffe, ich war nicht zu streng mit dir, aber ich wünsche dir nur das Beste und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020